Das ist ein lustiger Spiel. Ja, wir gehen hier rein, komm, wir gehen hier rein, zack. Wir feiern, Junge. Immer schön ankündigen, wo man herkommt. Ich mach das hier auch, dann kommen wir da durch. Wir haben da einen Mirror. Ich mach die kurz aus. Da ist einer auf dem Mirror. Auf der Treppe, warte. Oh, die kann man nicht auf der Treppe. Hab ich. Wir sind einer fucking Biest da. Merk was auch. Auf geht's. Oh, ist ganz oben. Auf geht's. die füße holen und noch macht jetzt zu schnell wir wollen einfach durch die tür raus oder durch die du musst aber ganz schnell wieder runter springen und jetzt bleibt einfach deiner führer hinter der bombe und jetzt geht durch die tür wieder raus und guck durch den schlitz da unten geht da hinten lang, ja durch den schlitz sehr nice, er springt oben raus nice ja 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 ja